da kommt das lustige video das lustige video kommt voraussichtlich am ich denke es werde das video in der woche drehen snapchat anfrage frage antwort video und nennt man das so Und nur zur Info, meine Haare sind nicht fettig, das ist Kokosöl. Alles klar, Justin Bieber, ihr kennt doch dieses What You Meet, ich finde es richtig geil. Einfach der Mord. Ich muss ihn mal kurz anhören. Ich bin die beste Kugel sicher, ich habe viele Enemies, weil ich sehr viel Geld verdiene. Halt den Maul. Wie hast du die Kraft gefunden, nachdem du mit YouTube aufgehört hast, weiter mit YouTube zu machen auf einmal wieder? Danke schön, dir auch. Danke. Tschüss. Dann sag ich schon mal tschüss, ciao.